Es gab ein klarses Ja für die Überbauung des einen Areals. Das freut mich natürlich, aber es überrascht mich auch nicht. Es war eine Längeplanung, die man sehr stark optimieren konnte. Das Resultat ist, dass es eine sehr vielfältige Wohnüberbauung gibt, die zu einer grossen Aufwertung führen wird in diesem Gebiet des Mattenhofes. Ich freue mich sehr, wenn die Baustelle möglichst schnell startet, damit diese Aufwertung tatsächlich auch kommt. Absprall... ... ... ... ... ...